UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Grüß Gott. Sie wissen, warum Sie hier sind und was passiert ist? Es wird gelingen, 85% der Belegschaft zu halten. Es ist Sonntag, Birgit. Geh mal in die Luft. Heute ist Montag. Ist nicht dein Ernst. Lola? Ich glaube, dass ich halluziniere. Lola? Ich habe meine Schwester. Hast du lange gesagt, du bist weise und allein? Was willst du eigentlich von mir? I von dir? Ich will überhaupt nichts. Ich bin für dich verantwortlich. Ich kann dich sehen. Du verkaufst deine Seele für die Kohle. Alle anderen hier sind dir doch scheißegal. Jeder macht mal Fehler. Du nicht. Geh und sage, wie es ist, dass du mich gelingt hast. Sonst mache ich es. Mann, bist du paranoid. Mann, bist du paranoid. Wo bist du? Hinter dir. Ich bin für dich. Du willst du sicher. Mach es du sicher? Du bist nicht auf dem Weg. Du bist und ich bin für dich. Dein.